Nord konnte unsere Luftunterstützung ausschalten. Wir holen sie uns aber zurück. Am besten landen sie vom Wasser aus in der Nähe eines kleinen GDI-Vorpostens, der noch durchhält. Dort bereiten sie einen Angriff vor. Ich sorge für Marineunterstützung. Verstärkungen bereit. Okay, zeigen wir es ihnen! Diese GDI-Basis ist das letzte Widerstandsnest in dem Gebiet. Schalten sie die angreifenden Nord-Truppen aus, um sie zu übernehmen. Einheit wird angegriffen. Gebäude sichern! Macht sie fertig! Ausschwärmen! Bewegung! Alles klar! Nähern uns dem Feind! Treffpunkt bestätigt! Angriff! Sturmangriff! Ausrücken! Gebäude wird gesichert! Feuer! Einsatzzier erreicht. Neue Bauoptionen. Unsere Basis wird angegriffen. Positiv! Notenbänder vorwärts! Geheimdienstdaten aktualisiert. Sammler wird angegriffen. Macht sie fertig! Feind in Reichweite! Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Das Oberkommando hat schnell reagiert. Empfange Nachricht. Commander, es gibt noch zwei intakte Landeplattformen. Wenn wir sie zurückerobern haben, haben wir Luftunterstützung durch die Orca. Kommander, die Landeplattformen werden angegriffen. Klick auf den Bombardement-Button. Stabschützen-Team bereit. Treffpunkt bestätigt! Gebäude wird gesichert! Wir pfangen! Sammler wird angegriffen. Ist okay. Alles klar. Wir haben uns festgenaudel. Unsere Basis wird angegriffen. Los, los! Einheit wird angegriffen. Sind unterwegs. Einheit ist sauber. Ist okay. Alles klar. Los, los! Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Raketentrupp einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Wird repariert. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Runter! Ja, Sir. Raketentrupp einsatzbereit. Ausbildung. Grenadiertrupp bereit. BMT einsatzbereit. Grenadiertrupp bereit. Neues Bonusziel wird repariert. BMT einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Grenadiertrupp bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay, Männer. Grenaden bereit? Rücken vor. BMT, wie ist der Plan? Waffen klar machen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Haltet durch. Raketentrupp kampfbereit. Da rein, Raketentrupp. Aufgepasst. Positiv. Wir gehen rein. Feindliche Stützpunkte. Ja, Sir. Da rein, Raketentrupp. Einheit wird angegriffen. Aus dem Boden. Verstanden, Commander. Es kann losgehen. Unterwegs. Zeigen wir es Ihnen. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Operation läuft. Nähern uns Ziel. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Unterwegs. Zum Angriff. Nähern uns Ziel. Operation läuft. Nähern uns Ziel. Schön, einen von uns zu sehen. Wir kommen. Macht sie fertig. Einheit nach zwei Bravo-Teams im Stadtgebiet, Commander. Unterwegs. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit verloren. Unterwegs. Haltet durch. Ziel bestätigt. Hier Bravo-2. Vorsichtig. Hier wimmelt es nämlich von Nordeinheiten. Nähern uns Ziel. Und noch ein Bravo im Stadtgebiet, Commander. Nähern uns Ziel. Bau unterbrochen. Unterwegs. Nähern uns Ziel. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Unterwegs. Käst. Hä Mund. Unterwegs. hunter. Eis. Verstärkungen bereit Empfangung Nachricht Diese GDI-Basis ist das letzte Widerstandsnest in dem Gebiet Schalten Sie die angreifenden Nerd-Truppen aus, um sie zu übernehmen Einheit wird angegriffen Jawohl! Ausrücken! Einheit verloben Hier lang Männer! Durchbrechen! Bewegung! Piazza, wir halten die Stellung Verstanden Positiv Bewegung! Sturmangriff! Treffpunkt bestätigt Macht sie fertig Alles klar Ausschwärmen Gebäude sichern Vorrücken! Vorrücken! Durchbrechen! Bereit zum Angriff! Durchbrechen! Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt Das Oberkommando hat schnell reagiert Empfange Nachricht Kommander Es gibt noch zwei intakte Landeplattformen Wenn wir sie zurückerobern, haben wir Luftunterstützung durch die Orca Initialisiere Video-Uplink Kommander, die Landeplattformen werden angegriffen Retten Sie die wichtigsten Gebäude, so schnell es irgendwie geht Bleiben außer Sicht Wir rücken vor Unsere Basis wird angegriffen Wir können da reingehen und dann ein Ziel markieren Die Scharfschützen der GDI können mögliche Artillerieziele markieren Wählen Sie das Schlachtschiff oder ein Artilleriegeschütz aus und aktivieren Sie es mit einem Klick auf den Bombardement Button Einheit verloren Ausbildung Ich habe Ihre Code Ja, Sir! Gebäude einnehmen Sammler wird angegriffen Ich habe Ihre Code Unsere Basis wird angegriffen Vorsicht Ich habe Ihre Code Reichert Sie aus! Raketen-Tropp Antwort bereit Ziel behen Raketen-Tropp Einsatz bereit Auf den Boden Raketen-Tropp einsatz bereit Raketen-Tropp einsatz bereit Ziel behen Infanterie-Trupp bereit Ich bin gut Sieger Ausbilden. Infanterie-Truppe bereit. Einheit wird angewiesen. Ausbilden. Infanterie-Truppe bereit. Einheit wird erhoben. Infanterie-Truppe bereit. Vorsicht! Bodenunterstützung. Infanterie-Truppe bereit. Infanterie-Truppe bereit. Alles klar. Hier lang, Männer. Infanterie-Truppe bereit. Unzureichende Mittel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ausbildung des ZDF für funk, 2017 Auf zum Tiberium-Feld. Ziel wählen. Neues Bonus-Ziel. Ausbildung. Raketentruppe einsatzbereit. Raketentruppe einsatzbereit. Bravo-1 meldet sich zum Dienst. Ja, Sir. Raketentruppe einsatzbereit. Wir gehen rein. Haltet die Waffen bereit. Noch zwei Bravo-Teams im Stadtgebiet, Commander. Infanterie-Truppe. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit bereit. Positiv. Bewegung. Treffpunkt bestätigt. Bodenunterstützung. Aufgepasst. Da rein, Raketentrupp. Haltet die Stellung, Soldaten! Infanterie-Trupp. Ja, Sir. Gebäude wird gesichert. Haltet die Waffen bereit. Alles klar. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Ja, Sir. Raketentrupp, aufgepasst. Such deinen Weg rein. Haltet die Waffen bereit. Ausbildung. Auf zum Tiberiumfeld. Wird repariert. Wird repariert. BMT einsatzbereit. Wird repariert. Commander. Haltet durch. BMT einsatzbereit. BMT erwartet Befehle. BMT einsatzbereit. Ausbildung. BMT einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Grenadiertrupp bereit. Pitbull ist einsatzbereit. Grenadiertrupp bereit. Und wo steigt die Party? Yeah! Pitbull ist einsatzbereit. Unzureichende Mütte. Grenadiertrupp bereit. Was jetzt? Pinne unterwegs! Gegen wen geht's? Pitbull ist einsatzbereit. Erwarten Befehle. Sie haben keine Chance. Okay, Männer. Ist okay. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Melden uns zum Dienst. Hier lang, Männer. Grenadiertrupp bereit. Haltet die Waffen bereit. Gebäude sichern. Renadiertrupp. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Tiberium fällt abgebaut. Haltet die Waffen bereit. Funktionieren die Luftfilter? Pitbull ist einsatzbereit. Grenadiertrupp bereit. Truppentransporter. Erwarten Befehle. Sind unterwegs. Grenadiertrupp bereit. Ausbild. Raketentrupp einsatzbereit. Lade bereit. Packen wir's an. Kommander. Sammler wird angegriffen. Näher an uns Ziel. Einheit wird angegriffen. Schön, einen von uns zu sehen. Was sehen Sie? Roger. Wir gehen jetzt vor. In der Falle. Noch ein Bravo im Stadtgebiet, Commander. Truppentransporter. Unterwegs. Zum Angriff. Sammler wird angegriffen. Sind zu allem bereit. Vorwärts. Pass jetzt. Los, los! BMT einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Okay, ganz ruhig. Verstanden, Commander. Vorsicht! Beginnen mit Ernte. Einheit bereit. Aufgepasst. Positiv. Wir gehen rein. Es kann losgehen. Näher an uns Ziel. Wir kommen. Unterwegs. Operation läuft. Wir sind einsatzbereit. Haltet die Waffen bereit. Systeme bereit. Wir haben zu tun. Ja, Sir. Ja, Sir. Vorsicht mit dem Zeug. Packen wir's an. Raketen bereit. Vorwärts. Ja, Sir. Infanterietrupp. Melden uns zum Dienst. Ja, Sir. Was macht der Wurfarm? Los, los! Haltet die Waffen bereit. Haltet die Waffen bereit. Betreten, Kampfzone. Bodenunterstützung. Näher an uns dem Feind. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Commander. Wir kommen. Unterwegs. Waffen klar machen. Zeigen wir's ihnen. Waffen klar machen. Feuer! Infanterietrupp. Gebäude einnehmen. Ja, Sir. Gebäude wird gesichert. Melden uns zum Dienst. Bodenunterstützung. Gebäude sichern. WMT erwartet Befehle. Bereit für Angriff. Unterwegs. Operation läuft. Haltet durch. Waffen klar machen. Einheit wird angegriffen. Zeigen wir's ihnen. Bereit für Angriff. Empfange Nachrichten. Nordkontrolliert das Gebiet mit einem großen Stützpunkt im Nordwesten. Der Stützpunkt ist gut gegen Bodenangriffe gesichert. Nieder mit ihnen. Zeigen wir's ihnen. Bereit für Angriff. Zeigen wir's ihnen. Zum Angriff. Feuer! Ziel bestätigt. Einheit wird angegriffen. Nieder mit ihnen. Ziel bestätigt. Unterwegs. Wir kommen. Einheit verloren. Operation läuft. Wir kommen. Zum Angriff. Feuer! Nieder mit ihnen. Unterwegs. Einheit wird angegriffen. Ah! Unterwegs. Systeme bereit. Vorsicht mit dem Zeug. Nähen uns Tiberiumfeld. Bau unterbrochen. BMT, wie ist der Plan? Waffen klar machen. Einheit wird angegriffen. BMT, einsatzbereit. Haltet durch. Ich hab ihre Code. Sammler wird angegriffen. Ingenieur, einsatzbereit. Ich finde einen Weg rein. BMT erwartet Befehle. Zeigen wir's ihnen. Waffen klar machen. Bereit für Angriff. Nähern uns Ziel. Einheit befördert. Hier Bravo 2. Vorsichtig. Hier wimmelt es nämlich von Nordeinheiten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ziel bestätigt. Einheit wird angegriffen. Ah! 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 Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Bonus-Ziel erreicht. Wir kommen. Haltet durch. Nähern uns Ziel. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Ausbildung. Raketentrupp einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Grenadiertruppe bereit! Pistpoll ist einsatzbereit! Steigt die Party! Vorwärtsmänner! Was jetzt? Yeah! Haltet die Waffen bereit! Pistpoll ist einsatzbereit! Truppentransporter! Unterwegs! Pistpoll ist einsatzbereit! Pistpoll ist einsatzbereit! Haltet durch! Grenadiertruppe bereit! Pistpoll ist einsatzbereit! Wir sind bereit! Sind unterwegs! Pistpoll ist einsatzbereit! Pistpoll ist einsatzbereit! Pistpoll ist einsatzbereit! Einheit wird angegriffen! Auf den Boden! Grenadiertruppe bereit! BMT einsatzbereit! Infanterietruppe bereit! Raketentruppe kampfbereit! Infanterietruppe bereit! BMT einsatzbereit! Unzureichende Mittel! Pistpoll ist einsatzbereit! Ach so, wir sind stron Ja! Es kam wo sie denn auf der Implantiertrupp bereit. BMT einsatzbereit. Melden uns zum Dienst. Gebäude wird gesichert. Einheit bereit. Granaten bereit? BMT einsatzbereit. Schnell, das Gebäude! Raketentrupp kampfbereit. Ja, Sir. Aufgepasst! BMT einsatzbereit. Grenadiertrupp bereit. Ja, Sir. Ja, Sir. Grenadiertrupp! BMT einsatzbereit. Bodenunterstützung. Zielgebiet sichern. Granaten bereit? BMT einsatzbereit. Sind unterwegs! Vorsicht! BMT einsatzbereit. Sammler wird angegriffen. Erledigt sie! Unterwegs! Los geht's! Packen wir's an. Okay. Los geht's! Grenadiertrupp bereit! Was macht der Wurrbarm? Sammler wird angegriffen. Okay, Männer! BMT erwartet Befehle. Raketen bereit! BMT, wie ist der Plan? Einheit befördert. Es kann losgehen! Unterwegs! BMT erwartet Befehle. Operation läuft. Einheit wird angegriffen. Zeigen wir's ihnen! Waffen klar machen. Hier kommt. Unterwegs! Operation läuft. Unterwegs! Operation läuft. Macht sie fertig! Unterwegs! Unterwegs! Haltet durch! Haltet durch! Zeigen wir's ihnen! Operation läuft! Bereit für Angriff! Stoffeinheit geordnet! Einheit wird umbereit! Haltet durch! Raketen-Trupp einsatzbereit! Wir kommen! Unzureichende Mittel! Haltet durch! Einheit verhoben! Raketen-Trupp einsatzbereit! Operation läuft! Einheit wird angegriffen! Stoffeinsatzbereit! Wir kommen! Haltet durch! Operation läuft! Sammler wird angegriffen! Wir kommen! Unterwegs! Initialisiere Video-Ablink! Die Landeplattform ist gesichert, Commander! Jetzt schicken wir Ihnen die Orcas! Nehmen Sie sie ruhig in Anspruch und schalten Sie diesen Not-Stützpunkt aus! Danke für den Landeplatz, Commander! Wir hatten fast kein Kerosin mehr! Skolgeschwader! Holen wir dem Commander die Landeplattform zurück! Geheimdienstdaten aktualisiert! Wir kommen! Haltet durch! Commander! Durch Sicherung der Landeplattform stehen uns jetzt Transporter zur Verfügung! Das bedeutet, dass Ihre Infanteristen und die meisten Ihrer Fahrzeuge ab sofort die Möglichkeit haben, Ochstransporter anfordern zu können! Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden! Einheit wird angegriffen! Leer noch! Feindliche Stützpunkt in sich! Haltet durch! Operation läuft! Näher an uns Ziel! Unterwegs! Haltet durch! Sender wird angegriffen! Näher an uns Ziel! Unterwegs! Einheit verloren! Unterwegs! Stoffeinheit geordnet! Operation läuft! Oka einsatzbereit! Oka einsatzbereit! Einheit befördert! Unterwegs! Raketentrupp einsatzbereit! Angriff läuft! Reifen an! Raketenkont einsatzbereit! Roger! Ziel erfassen! Angriff läuft! Angriff läuft! Angriff läuft! Einheit verloren! Einheit verloren! Stabilisatoren aktiviert! Stealth-Einheit geordnet! Unterwegs! Einheit befördert! Stabilisatoren aktiviert! Valkychen stützt nun sich! Einheit wird angegriffen! Ziel zerstört! Raketen auskriegt! Greifen an! Angriff! Einheit wird angegriffen! Einheit befördert! Ausbildung Orca bereit zum abheben. Orca-Pilot. Nähere mich Ziel. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Ziel kommt schnell näher. Angriff. Kommander, näher an uns Ziel. Unterwegs. Wir kommen. Einheit verloben. Operation läuft. Haltet durch. Unterwegs. Ziel bestätigt. Macht sie fertig. Einheit befördert. Näher an uns Ziel. Operation läuft. Wieder mit ihnen. Zum Angriff. Haltet durch. Feuer. Macht sie fertig. Zum Angriff. Der Kanal ist offen. Ziel kommt schnell näher. Ziel kommt schnell näher. Ziel wählen. Zu Transparen. Zagreifen. Nachladen, nachladen! Reifen an! Mission erfolgreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun, Commander, hervorragend gelöst. DC ist wieder unter unserer Kontrolle. Und wir haben einen neuen Direktor, Redmond Boyle. Er ist bisher Finanzsekretär der GDI gewesen. Ich weiß, was Sie denken. Aber so steht's nun mal im Protokoll. Alle vorgesetzten Boyles kamen beim Angriff auf die Philadelphia ums Leben. Sehen Sie, der Vorteil ist, dass Boyle als kluger Mann die Finanzkanäle kontrolliert und wir brauchen jeden Penny, um den Krieg zu gewinnen. Entschuldigen Sie, General, aber Sie sollten wissen, dass... General Granger, Redmond Boyle, es ist mir eine Ehre. Danke. Wirklich. Danke, Direktor. Sie konnten nicht ahnen, dass ich kommen würde. Bitte entschuldigen Sie. Aber ich war gerade hier in der Nähe und wollte mich bei Ihnen persönlich für Ihre Arbeit bedanken. Danken Sie nicht mehr, Direktor. Danken Sie dem Commander. Commander! Schön, dass Sie auf unserer Seite stehen. Ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld sind eine Inspiration für uns alle. Aber ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Wir dürfen uns nicht damit zufriedengeben, das zurückzuerobern, was uns gehört hat. Wenn Not einen Krieg will, sollen Sie ihn haben. Einen Krieg, der Ihrer Schreckensherrschaft ein Ende setzen wird. Aber eins nach dem anderen. Beenden Sie zuerst Ihre Arbeit hier in DC, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Zeigen Sie der Welt. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns.